Wir sind der BUND, der Verband zum Schutz von Natur und Umwelt. Wir wollen mit Ihnen die Energiewende vorantreiben und so das Klima schützen. Ein wichtiger Baustein dafür ist die Kraft-Wärme-Kopplung. Das Prinzip ist ganz einfach. Mit einer KWK-Anlage wird Strom und Wärme produziert. Dezentral und effizient. Und zwar aus Gas, Biogas, Holz, Pellets oder Wasserstoff. Egal welcher Brennstoff zugrunde liegt, die dabei entstehende Wärme wird zum Beheizen des Gebäudes, sowie für Warmwasser genutzt. Die KWK ist also eine stromerzeugende Heizung. Das ist aktiver Klimaschutz, denn die doppelte Nutzung des Brennstoffs für Strom und Wärme spart Ressourcen. Und mit dem Strom können Sie Ihr gesamtes Gebäude versorgen. Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist und vergütet. Es ist Ihre Energie. Eigener Strom, eigene Wärme, eigene Entscheidung. Für mehr Unabhängigkeit vom Versorger, mehr Klimaschutz und weniger Ressourcenverbrauch. Mit der BUND-Infokampagne wollen wir dazu beitragen, die Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung bekannter zu machen. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zur eigenen Anlage. Mit Kraft-Wärme-Kopplung in eine umweltschonende Zukunft. Ihr BUND für mehr Unabhängigkeit vom Versorger, Mit Kraft-Wärme-Kopplung in eine umweltschonende Zukunft. Mit Kraft-Wärme-Kopplung in eine umweltschonende Zukunft. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zur Zukunft. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg. Vielen Dank.